So, da sind wir zurück mit Metro2033 und die Sharon Vignac ist auch noch dabei. Hallo! So. Und da drüben ist dieser böse, böse Drache. Die kannst du, glaub ich, nicht erschießen. Nein, das hab ich auch nicht vor, ey. Das wär lebensmüde. Ich hab nicht auf ihn gezählt, nein. Da hat jemand geschossen. Da schießt noch jemand. Bourbon! Der Bourbon, der knallt richtig. Ach du, da ist ein Stabberdraht. Den hab ich gesehen. Den hab ich ausnahmsweise mal gesehen. Wow. Ist ja gar nicht Holly-like. Deswegen hab ich's dir ja lieber gesagt. Da ist wieder dein bester Freund, nämlich die Stahlbolzen. Ja, die... Nein, das ist eigentlich keine Falle. Das benutzt man in Russland, so Akupunktur. Das wurde halt ein bisschen umfunktioniert. So, ich muss da rüber. Moment, ich guck da mal kurz drüben, was es da gibt. Upsa! So. Hier ist ein Pfeil auf dem Boden. Mhm. Da ist noch ein Draht. Mhm. Und eine Dose. Da spring ich rüber. Mal einen Moment entschärfen. So. Und bei den Dosen aufpassen. Wenn's ein Warnsystem ist, wartet da jemand. Mhm. Und deswegen schleiche ich mich gerade wie eine Katze. An meinen Gegner ran, den ich nicht sehe. Boah, liegt da viel Zeug. Mhm. Das hab ich... Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Was ist das denn? Hat die schwere Ausbildung genommen und bin nach Norden zur Messestation. Hopp. Die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Die haben riesige Probleme mit ihren alten Freunden. Aha. Und wenn ich nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sage, dass wir das schafft. Ja. So, alles aufgehoben. Und... Willst du die Gasmuske noch tauschen? Das geht nicht. Aber du kannst den Filter, glaub ich, nehmen, oder? Nee, kannst du nicht. Achso, nee, das ist... Ich kann hier die Musik anmachen. Jetzt läuft da gerade Musik. Yeah. Yeah. Ja. Ja, das ist coole Musik. Also, ich würde sagen... Eine Waschmaschine. Ja. Man hat ja alles. Fernseher, Waschmaschine, coole Musik. Durchlüftung. Und ich würde sagen, hier lassen wir uns jetzt nieder und ich breche das LP ab. Nein, ich gehe weiter. So. Okay, hier gibt's nichts. Gut, dann wieder zurück. Den ganzen Blödsinn hier. Aber deshalb war das so gut gesichert. Mhm. Weil da überall Munition lag und so Zeug. Ja, hat sich ja gelohnt. Hoppa. Achtung. Und jetzt bloß abhauen hier. Abhauen, abhauen, abhauen. So, auf dem Hinweg gut aufpassen auf die Fallen und auf dem Rückweg. Bäm. So, war was auf dem Rückweg? Bam, bam, bam. Und alles was gelöst. Tote Stadt. Oh mein Gott. Die tote Stadt. Warum? Okay. Oh Gott, wir sind hier unten. Gut, schön. Da liegt eine Leiter. Mhm. Eine Leiter? Also, eine Leiche. Ach so, ich dachte, da liegt eine Leiter. Ich dachte, warum fasziniert sich das so? Der hat noch. Gut. Der hat nicht mehr. Ich habe ihn voll ausgebotet. Ja, ich sehe das halt immer ein bisschen versetzt mit dem, was du machst. Richtig. Deswegen sah das gerade so aus, als würdest du weitergehen ohne die Munition. die Munition aufzunehmen. Das darf ich nicht akzeptieren. Ja, dann achte ich jetzt darauf, dass du Standbilder und ich gucke da jetzt extra fünf Minuten hin, bis du da auch bist. Was ja mit der Zeitbeschränkung durch die Filter auch sehr sinnvoll ist. Ja, natürlich. Oh, ich bin im Wasser. Oh, nein. Oh, ich lebe noch. Gleich ein kleines radioaktives Beetchen genommen. Du siehst es nicht, aber ich schüttel gerade mit dem Kopf. Äh, ich habe es gespürt. Mhm. Oh, hier. Hallo, ähm, Mister. Ich nehme mal hier, ne? Danke. Tschüss. So, ich höre, da latscht etwas rum. Irgendetwas läuft da rum. Ach, das sind wir. Die hören sich irgendwie von weitem, von weiter weg an. So. Oder sind das die Fußschritte des fliegenden Drachen? Mhm. Der läuft durch die Luft. Richtig. War das da gerade ein Husten von dir? Nein. Ist alles okay, ist sehr kalt hier. Wir können auch reingehen, wenn du jetzt hier. Ja, mir ist ein bisschen kalt. Na gut, dann suche ich jetzt den Drachen. Nicht. Eingang. Eingang, Eingang. Hoha. Okay, du bist Böben. Oh, hi, Böben. Jetzt lange nicht mehr gesehen. Mann, bist du schon groß geworden? Du hast mich total erschreckt. Ach, jetzt sagt er erst, du hast mich zu tot erschreckt. Du auch, Böben. Du auch, Böben. Ich hatte schon gedacht, du hast den Nü. Hahaha. Uah. Und dann, der hat es wirklich echt gesagt. Du hast mich erschrocken. Cool. So. Hier, an dem hängt noch ganz schön. Bleib mal stehen, Böben. Du hast da Munition. So. Das ist keine Munition. Was ist denn das? Ach, ne, ach, ein Flachmann. Feldflasche. Eine Feldflasche. Da ist Wasser drin. Hahaha. Okay. Flieg bloß davon. War ich... Okay. Es kommt wieder. Es kommt wieder. Au. Au. Hey. Ich wurde gerade von... Ach, der hat mich angegriffen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Böben. Böben. Das macht was. Und wir machen nichts. Boah. So, ich habe mir jetzt mal voll die Kante gegeben mit der Spritze. So. Äh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die rufen sich gegeneinander. Oh oh. Kannst du sie hören? Ja, ich kann sie hören. Und... Gleich werden wir sie spüren. Das klingt falsch. Ja. Du, schau du. So, wo sind die? Oh 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 oh. Oh man. Ach, okay. Okay. Oh. Das ist so süß, wie die Männchen machen. Ich will die einfach irgendwie knuddeln, wenn die stehen. Okay. Okay. Dich will ich nicht knuddeln. Die werden im Buch auch ganz niedlich beschrieben. Echt? Du bist zu dem Punkt, an dem sie Atiom in der Gruppe angreifen wollen. Ach. Ich kann mir das vorstellen, so. Knuffiges Schwänzchen. Ähm. Was ist denn noch niedlich an denen? Gar nichts. Der Stand. Der was? Der Stand. Der Stand? Ach so. Ach, wie die stehen? Ja. Ach, ach, ach. Ach, das Männchen. Genau. Oh man. Guter zu, wenn du deine Kirchen. Ja. Klein. Wie ein Grupp als du. Egal. Trotzdem. Sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sollte die Waffe wechseln. Aber ich hab... Okay, ich hab noch Munition. Oh, 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 oh. Wohin? Okay, wir müssen raus. Volle Kraft raus. Okay. Ich laufe. Ich laufe, Bourbon. Komm schon. Das packst du, Bourbon. Wow. Oh. Jetzt ist er auf mir gelandet. Hey, Bourbon. So. Ach hier, Kapitel 3. Kahn. Kling ist Kahn. Das meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt. In der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Aha, aha. Gut. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hör gut zu. Die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsetzen. Ach, Banditen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Boah, was soll das denn für eine Riesenratte? Oh, Mann. Ich hätte gerade gesagt, wir sollen leise sein. Oh, Bö, Bö, ich bin Sully. Oh, Mann. So. Du kannst deine Maske absetzen. Ja, ich kann gerade nichts machen. Das ist eine Katze. Na gut, aber ich sag's nochmal. Okay, mach ich gleich sofort. Leise, Böben, pssch. Und weg ist er. Ja, aber... Leib wohl, Böben. Oh, die haben ihn erwischt. Die haben Böben erwischt. Du besprecher. Wir schlagen ihn gerade zusammen. Wo solltest du es ansehen wollen? Böben. Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Okay. Böben, da geht er hin. Ich hatte eine schöne Zeit mit dir, Böben. Ich... Mal, ob er etwas vergießt. Ich sehe seine Sachen nicht. Ja. Okay, jetzt... Okay, die Sachen. Moment, ich muss seine Sachen mitnehmen. Schnell, 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 schnell weg hier. Okay. Hat er dir gesagt, wo er hin wollte? Oder wo ihr hinwolltet? Ja, bestimmt, aber... Hier gibt es nichts als Vater. Ich... Ich... Ich hab... Ich hab mein, äh... Table-Dings da. Bums da. Und ein Feuerzeug. Journal. Jop, mein Journal. Oh, Mann. Was solltest du machen? Ähm, ich sollte... Die... Gasmaske absetzen. Ja. Mrs. Sharon. So. Ah, ich kann hier die... Ah, Moment, ich kann die AK jetzt nehmen. Nehme ich mal. Hä? Ach, ich hab die Schoßfunde getauscht. Ach so, ach. Ich hab geschossen. Nein. Nein. Das war's dann wohl mit dem... Oh, nein. Oh, ich lad mal den letzten Spreikontrollpunkt. Holly. Ja. Ja, weil... Weil ich hab immer Amnesia gespielt. Und dann, ähm... War... Na. Es hat übrigens zehn Minuten vorbei. Ach, jetzt schon. Was haben wir denn erlebt hier? Gar nichts. Nein. Bourbon wurde bloß halb tot geprügelt. Ach so. Wer ist Bourbon? Ach so. Ach ja. Stimmt. Oh, hier ist die AK. Meins. So. Na gut. Dann, äh, wenn zehn Minuten vorbei sind, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Schnitt und im nächsten Part infiltrieren wir... ...die... 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 ...was ist denn? Oh, oh. Ich hab's aufgemacht. Wir... ...infi... Ich kann das Wort nicht aussprechen. Sharon, dein Einsatz. Infiltrieren. Infiltrieren. Dann... ...diese... ...Bande... ...Gruppe... ...Dingsda. Bis zum nächsten Mal. Oh, worry. Tschüss. Tschüss. Tschüss.